Hallo YouTube, na? Wir spielen heute Storyteller im Stream übrigens. Ihr seid alle herzlich eingeladen, ja, freitags ab 18 Uhr auf Gronkh.Live, ja, wenn ihr Bock habt, schaut doch mal gerne rein. Toller Stream, tolle Menschen gerade im Chat. Ich soll euch grüßen von all den Leuten im Chat gerade, die winken gerade und sagen auch Hallo YouTube, ja. Und wir spielen heute Storyteller. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Offenbar ein Spiel von Twitter, von ehemals Twitter. Ist das hier eigentlich, ist das hier eigentlich, ist das AGB-konform, wenn ich das mache? Oder verstößt das gegen die TOS? Ich reibe das X, ja, weil da ist der Schatz versteckt. Ich glaube, das müsste aber gehen. Ich glaube, das ist kein Problem. So, ich mache, äh, ich mache hier Storyteller. Let's go, wir gehen mal rein. Ein Buch über das Erzählen von Geschichten von Annapurna. Wieso habe ich das noch nicht gespielt? Annapurna macht so, die haben so gute Games, ne, diese Releasen. So ein guter Publisher einfach. Also, also, völlig unironisch. Die haben mitunter die geilsten Indie-Games, muss man einfach sagen. Jedes Spiel besetzt von Annapurna, was ich gespielt habe, immer astrein. So, ein Buch über das Erzählen von Geschichten ist genau mein Ding. Also. Hallo, liebe Zuschauer. Wisset bitte. Am Ende dieses Buches wartet eine Krone. Sie wird nur den besten Geschichtenerzählern des Reiches verliehen. Jede Seite ist leer, bis auf einen Titel. Es ist deine Aufgabe, diese Seite mit den fesselndsten Geschichten zu füllen. Vervollständige dieses Buch und erweise dich des Titels des Geschichtenerzählers als würdig. Achso. Ach, ich muss noch mal genau den Pfeil treffen. Ich dachte, ich kann ja einfach hier irgendwo umblättern. Ich mach mal ein bisschen leiser. So. Gut. Dann mach mal weiter. Leben und Tod. Wir fangen klein an. Es geht um Leben und Tod. Ja, wir fangen erstmal mit leichten Sachen an. Die bekömmlichen Sachen des Lebens. Liebe, Herzschmerz und Jenseits. Sag mal. Das ist aber gemein. Also ich find's gemein. Liebe ist schön, aber es endet dann mit Herzschmerz und Jenseits. Was denn das für eine Kurve? Warum muss denn Liebe unbedingt mit Herzschmerz enden? Ja, na gut. Vielleicht, wenn der geliebte Partner vor einem geht eventuell. Ja, na gut. Wir starten mal mit der Liebe. Das sind, glaube ich, Adam und Eva und die Schlange und der Apfel mit dem Herz. Ja, ne? Wir starten mal mit Liebe. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Ich glaube, wir lernen das jetzt, ne? Das ist Adam. Das ist aber ein sehr kleines Blatt. Eva. Okay, ich muss mich aber... Ich halte mich an die Überschrift, ne? Das ist irgendwie cool. Oh, und andersrum? Warte mal. Achso. Ich dachte gerade, wir hätten jetzt vielleicht, äh... Hätten man ja. Theoretisch. Könnte auch sein. Und wenn ich jetzt beide vertausche? Geht auch. Okay. Cool. Und... Nein! Da ist er noch nicht fertig. Da fehlte noch eine Person. Da war noch ein Pfeil. Der stirbt hier allein. Hier steht niemand. Der stirbt ja noch... Ah, okay. So. Okay, warte. Ich teste gerade nur noch rum, ne? Gut, wir halten uns natürlich an die Vorgabe. So. Das ist schade. Aber... Was willst du machen? So. Es könnte nur noch merkwürdiger werden, wenn diese Dame aus einer Rippe geschnitzt wäre. Nur dann würde es merkwürdiger werden. Okay. Liebe. Ich glaube, das Tutorial gerade. Aber wir testen das mal weiter, ne? Wir gucken mal. Eva stirbt gebrochenen Herzens. Nein, Eva stirbt bitte nicht. Wehe, du stirbst, Eva. Wehe. Du wirst gefälligst ewig leben. So, Szenen. Lieben. Adam und Eva. Oh, wie sie sich liebten. Und sie liebten sich. Gar ewiglich. Und Liebe sollte ihnen gegeben sein. Für immer da. So. Wäre das nicht viel schöner? Einfach so? Wir haben sogar die Szene getauscht. Genau. Vor Eva and Eva. Ja. Ja. Nee, ich muss das anders machen, glaube ich, ne? Ich glaube, erstmal, erstmal ist er hier. Und dann, äh. Okay. Das geht also. Warte, ich muss noch kurz was gucken. Das geht. Hä, wie gut. Warte, warte. Ich muss was probieren. Entschuldigung. Das ist ja voll geil. Okay, pass auf. Also. Hä? Wie? Ach, weil sie ihn gar nicht kennt. Weil die Geschichte jetzt neu anfängt. Die setzt nicht in Kapitel, also vorher an, sondern hier. Das ist ihr hier egal, weil sie kennt ihn gar nicht. Okay. Okay, warte. Okay, das geht trotzdem. Aber wenn ich jetzt hier so mache. Und dann so. Das wäre auch schön, ne? Das wäre eigentlich auch, oh, das wäre eigentlich auch sweet. Das ist ein bisschen traurig. Uns fehlt noch ein Frame. Aber na gut, wir müssen ja die Geschichte erzählen. Wir haben jetzt nicht viel Wahl. So, beide lieben sich. Toll. Einer stirbt. Nicht so toll. Und dann so. Und leider hat es Eva dann auch erwischt. Was wir mal machen. Ich glaube, man... Nein. Okay. Gut, wir haben es aber. Wir machen mal weiter. Es trifft mich auch sehr hart. Ich weiß, wie es euch ist, aber ich bin gefühlsmäßig sehr involviert gerade. Ablaut. Ganz überlaut. So, jenseits. Begegnung mit dem Geist einer Liebe. Das ist das, was wir gerade gemacht haben, ne? Okay, die müssen sich also immer erst mal lieben. Äh, Entschuldigung. Er kann sich auch selbst lieben, das geht auch. Aber da kommt man in die Hölle. Wenn man das macht. Hab ich gehört. So, die beiden lieben sich. Und leider... So. Aber dann... Hat er beschlossen, ewig zu leben. Aber können wir das auch mal andersrum machen? Das geht auch. Ist trotzdem richtig. Ich halte mich aber an historische Fakten. Es gibt auch nur einen Grabstein. Ich kann leider nicht zwei Grabsteine machen. Die können nicht zusammensterben. Das geht nicht. So viel Romantik ist hier nicht. So. Aber wir haben es eigentlich, ne? Ist richtig. Haben wir auch. Sieht gut aus. Freue mich. Herzensbruch. Heilung, Wunder. Unglücklich, Kummer. Sag mal, kann es sein, dass wir immer... Dass das immer scheiße endet? Die ersten beiden... Heilung ist ja was Positives. Dann ein Wunder, ein Wunder. Und dann unglücklich. Und dann einfach nur noch Kummer. Das ist immer eine Abwärtskurve hier. So. Ein gebrochenes... Wer sind denn die? Edgar, Lenora, Bernard und Isobel? Ein gebrochenes Herz wird geheilt. Hochzeit. Lenora und Isobel. Und Edgar. Und Bernard. Und Lenora und Isobel. Ach, die können aber nicht zu viert heiraten. Die können jetzt nicht... Das geht nicht, ja? Also so ist das jetzt nicht. Dass sie vielleicht mal eine Viererehe machen. Einfach mal. Das ist natürlich... Na gut. Nicht sehr progressiv, aber gut. Dann machen wir es eben so. Ähm... Ein gebrochenes Herz. Das heißt, einer stirbt. Und zwar Bernard. Ihr ist aber egal. Sie gibt einen Scheiß drauf. Aber Bernard war immer kacke. Sind wir ganz ehrlich. Ihr kennt Bernard. So. Ein gebrochenes Herz wird geheilt. So. Und dann steht wieder Bernard. Guck dir das an. Guck's dir an, wie schnell sie weitergezogen ist. Lenora, du... Chalampet. Das ist französisch für leichte Personen. Ja? Die Lenora einfach... Oh, er ist tot. Oh, schade. Gleich weiter. Das hier war... Das hier war ein Tag nach der Beerdigung. Ohne Tote. Oh. Ach, guck mal. Und jetzt liebt sie ihn nicht, weil sie sie liebt. Okay. Das klappt nicht. Wie kriegen wir das jetzt ohne Tod hin? Wie kriegen wir das jetzt ohne Tod hin? Ein gebrochenes Herz wird geheilt. Aber dann... Ähm... Ach so, klar. Ich bin doof. Natürlich kriegen wir das ohne Tod hin. Pass auf. Äh, so. Ach so, Entschuldigung. Hochzeit. Und dann aber hier... Ja, wenn die Lenora... Die Lenora will ja nicht. Dann, äh... Nehme ich den Notnagel Edgar. Edgar ist immer der Notnagel. Weißt du, Edgar kommt hier in der Story nicht vor. Nur am Ende einfach als, äh... Naja, als Trostpflaster quasi. Trostpflaster Edgar. Das war immer sein Ding. Oder um es mit Family Guide zu sagen. Du wirst immer meine Silbermedaille sein. Ja. Okay, das haben wir. Sehr gut. Und Tote. Juhu. Ja, Heilung ist geschehen. Wunder. Ein gebrochenes Herz wird... Wiederbeleben. Okay. Also. Leno. Leno und Iso. Ja. Hört sich an wie irgendwelche deutschen DIN-Normen. Leno und Iso. Ähm. Ja, und da... Man kennt es ja, ne? Zu viele Drogen. Ab in die Kiste. Aber durch ein Wunder. Hier Wiederbelebung. Und dann, äh... Theoretisch haben wir dann nur wieder Hochzeit. Ja, das ist schön. Äh, äh, was? Äh? Ein Wunder, aber warum? Äh? Das ist schon sehr cool gemacht. Das ist schon... Ich mag das Spiel sehr gerne, aber ich hab Angst, das wird bestimmt bald sehr komplex. Ja. Okay. Gut, dann haben wir... Haben wir geschafft, ne? Gibt keine Unterbedingungen. Wir haben es einfach geschafft. Ich bin neugierig. Gut. Ja, nein. Ja, nein. Na gut. Gut, wir machen hier. Komm, dann geht's mal rüber. Und dann, äh... Hier... So. Und dann machen wir hier wieder Wiederbeleben. So. Und dann machen wir hier Hochzeit. Jetzt haben wir es wieder. Sehr gut. Okay, weiter geht's. Unglücklich. Was mit der Musik? Alle lehnen Edgar ab. Notnagel Edgar, Leute. Ich hab's euch gesagt. Edgar ist immer nur... Und am Ende... So. Und keiner kommt. Was? Was? So. Das können wir nicht machen, ne? Weil sie ist ja... So. Wir müssen ihn noch irgendwie... Ah, okay. Warte, warte. Warte. Dann... Ist... Äh... Warte, warte, warte. Hier. Gesterbst. Ach, sie muss... Ja, sie hat schon abgelehnt, ne? Die stirbst. Und dann... Warte, den muss ich, glaub ich, wieder rausmachen. Dann... Müsste theoretisch... Bernard... So. Und dann... Hä? Ich bin... Ich bin dumm. Ne, sie muss jetzt sterbsen, ne? Sie muss sterbsen. So rum. So. Und dann... Haben wir's. Ja. So rum. Ja, Edgar ist leider... Edgar ist leider... Was willst du machen? Der Edgar. Wir waren doch alle schon an diesem Punkt. Und es liegt natürlich nur daran, dass Edgar nicht in der Gruppe ist. Weißt du? Und pro Woche 10.000 Euro macht. Mit cleveren Aktienkursen. Ja, daran liegt's. Passives Einkommen. Ja. Aber wenn er in der Telegram-Gruppe wäre, dann... Wie die Schmeißfliegen. Ja. So. Ja, das ist natürlich, äh... Schade. Schade, schade. Weiter geht's. Unglück haben wir. Unglück können wir. Und, äh... Dann würde ich sagen... Kummer. Geschichten können weniger Bilder enthalten. Überlebende Partner finden Trost. Ja, okay. Die beiden sind halt glücklich. Keine Ahnung. Ich möchte jemanden reinschieben, weil Edgar ist wirklich eine unangenehme Person. Also, also, Edgar geht auf die Hochzeit. Er hat eine Hochzeit geplant, aber er hat keine Partnerin, keinen Partner. Er hat niemanden. Er hat einfach nur eine Hochzeit geplant und geht alleine hin. Es kommt aber auch niemand zu Besuch. Da sitzt einfach niemand. Die Ränge sind leer. Ja. 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 Der Edgar. Was willst du machen? Na gut. Aber über Kontaktanzeigen. Ja. Mit falschem... Natürlich mit Fake-Profil. Äh, vielleicht doch noch jemanden gefunden. Und, äh, leider... Leider direkt am nächsten Tag gestorben. Direkt. Ich finde Bernard viel schlimmer. Ja, gut. Der ist aber... Bernard ist aber ein Psychopath. Der kann uns gut verstecken. Äh, ein Soziopath meine ich. Der ist Soziopath. Der ist nach außen ein echt ein toller Typ. Aber hintenrum wird erst klar, nach der Hochzeit, was er eigentlich für einer ist. So, äh, Edgar ist direkt, ist... Endlich hat die Liebe seines Lebens gefunden. Am nächsten Tag leider tot. Ja. Das ist natürlich bitter. Ähm. Und... Es kommt aber auch niemand. Es kommt auch niemand. Es ist einfach niemand da. Ähm. Ja. Und Lenora... Hat einen Herzsturz... Äh, Herzsturz. Einen Herzsturz. Hörsturz erlitten. So. Und am Ende haben sich die beiden aber gefunden. Oder? Edgar ist leider in der Hochzeitsnacht verschieden. Vor der Hochzeitsnacht. Ja, gut. Aber... Hä? Ach, überlebende Partner. Ach, so. So. Und... So. Dann sind alle glücklich. Dann sind einfach alle glücklich. Ist doch okay, oder? Oh, warte. Diese Erkältung. Äh, ja. Ich finde das... Ich finde das okay. Kann man so machen. Haben wir das wieder. Okay. Kann Edgar sein eigenes Grab besuchen? Leider nein. Das geht leider nicht. So. Gut. Und Bernard, wie gesagt, der war halt... Ne? Ich glaube, sie hat ihn umgebracht. Ich glaube, sie hat ihn umgebracht. Weil Bernard, wie gesagt, hat sich rausgestellt, der ist eigentlich... Der hat schon so ein paar seiner Eigenarten. Und, äh, naja. Und man munkelt. Aber es war auch erst der siebte Ehemann bei ihr. In kürzester Zeit. So. Okay, weiter geht's. Das war durch. Zeremonie? Sieben von 51? Hä? Was? Was? Huch? Hä? Hä? Wie bin ich hier hingelandet? Ich... Herrenhaus? Schönheit? Keller? Gift, Tragödie, Zorn, Neid? Was? Erscheinungen? Okay, Herzensbruch haben wir? Ja, das ist immer ein sehr holzherm Buch. Ähm. Erscheinungen. Kapitel 3. Offenbarung, Enttäuschung, Wiedervereinigung. Das war 1989, falls ihr euch erinnert. Äh. Und Verhängnis. Hängt alles zusammen mit der Wiedervereinigung. Erst die Offenbarung, dann kam die Enttäuschung. Ne, die kam erst nach der Wiedervereinigung, glaube ich, ne? Und dann kam das Verhängnis. Ich glaube, so war's, ne? Ja. 1990? Ne, das war Oktober... War's nicht noch? Das war doch Oktober 1989. Ich bin mir fast sicher. Ach, 1989 war Mauerfall. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich... Für mich ist das dasselbe. Als die Mauer fiel und alle sich in den Armen lagen. So. Ja? Ich hab's im Fernsehen gesehen. Auf... In einem 4 zu 3... In so einem 4 zu 3 Kasten. Die noch richtig fett waren. Einfach die... Die Dinger. So. Diese... Ja. Okay. Ja, David Hasselhoff hat gesungen. Aber daran wollen wir uns nicht erinnern, ja? Das wäre dann eher... Ich weiß, ob das Enttäuschung wäre oder Verhängnis. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, ok. Offenbarung. Let's go. Let's go. Edgar schockiert sich selbst. Hä? Ach. Ok. Interessant. Ja, Edgar. Ihr wisst ja. Falls ihr euch an Edgar erinnert. Der ist einfach kurz vor der Hochzeitsnacht gestorben. Ähm. Und hatte dann Amnesie. Und sieht sich dann auch noch im Spiegel. Oh. Ja, da war Edgar ein bisschen überrascht. Ja, ok. Aber wäre er eigentlich auch verwundert, wenn er Amnesie hätte und hier? Achso, hat man ja schon. Ja, gut. Äh, Edgar. Das ist... Ja, ok. Cool. Weg mit dir, Edgar. Hier kommt wieder was. Enttäuschung. Von Partner in abgelehnt. Die Enttäuschung. Seit wann können sich Tod im Spiegel sehen? Seitdem sie keine Vampire sind. Das geht schon, glaub ich, ne? Äh, von Partner abgelehnt. Aber müssen alle abgelehnt werden? Tod wiederbeleben? Aber ich... So, Edgar hat Isobel kennengelernt. Ja, und die haben geheiratet. Und gleich am nächsten Tag ist Edgar ganz alleine verstorben. Und keiner weiß, wer da liegt. Keiner weiß es, aber... Hä? Wer ist das? Hä? Ähm... Gut. Dann wird Edgar aber durch eine... Durch ein Wunder wiederbelebt. Problem ist aber... Inzwischen... Ja? Inzwischen haben die beiden geheiratet, weil sie hat halt... Sie hat halt gesehen... Äh, 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 okay. Hat dann... Hat dann gestalkt, wo der wohnt, weil sie dachte, der wäre vielleicht eine Wohnung frei. Oder sie könnte vielleicht als Erbschleicherin noch ein paar Sachen rankommen. Und, äh... Wollte dann unbedingt... Ist dann da hin und hat gesehen, oh! Da lebt ja Isobel. Und so. Und dann haben die sich kennengelernt, äh, haben gemerkt, oh! Die wollen sich beide das, äh, unter den Nagel krallen. Und dann haben die... Oh! Was ist das süß einfach. Weißt du? Kennenlerngeschichten. Wie sie halt passieren. Und, äh... Daraufhin ist Edgar nochmal gestorben. Aus Trauer. Was? So. Und dann, äh... Ist Edgar nämlich bei der Hochzeit aufgetaucht. Als Geist. Gut, das hat nicht so richtig geklappt. Ähm. Ja, Edgar ist dann... Edgar lebt halt wieder. Und will natürlich zu seiner Isobel. Aber die... Die ist natürlich überrascht. Hä? Was? Aber, hä? Ja, und jetzt... Wir wollten ja einen vernünftigen Abschluss, äh, Abschluss haben, ne? Da ist Edgar einfach wieder... Aber wieder zurück. So, ah, naja gut. Schade. Hat nicht sollen sein. Einfach, bumm, wieder durch die Erde. Ja, ist... Warte, der arme Edgar. Ja, ist Edgar. Ciao, Edgar. Mach's gut. So. Oh, ich hab noch eine Sache vergessen. Wer ist das? Gut. War mir noch wichtig. Wollte ich noch einfügen. So, Wiedervereinigung. Let's go. Oh. Im Herzen gebrochene Partner wieder vereint. Oh. Guck mal. Edgar und Lenora. Ein unübliches Paar. Ähm. Leider. Edgar. Kurz vor der Hochzeitsnacht. Tot. Einfach passiert. Was willst du machen? Bupp. Ist einfach weg vom Fenster. Ähm. Und dann auch. Tot. So. Boah. Da kommt halt kein... Ist ja klar. Ähm. Und jetzt im Herzen gebrochen. Das ist irgendwie süß, ne? Aber sie müssen doch jetzt eigentlich so... Ach, er ist noch nicht gebrochen. Er muss wiederbelebt werden, ne? Er muss erstmal wiederbelebt werden. Dann wird Edgar wiederbelebt. Durch eine Fügung des Schicksals. Aber sie hat das Gift bereits geschluckt. So. Sie hat das Gift bereits... Und dann auch nochmal schnell eine Wiederbelebung. Weil... Da war noch eine Schriftrolle übrig. Ne? Und so ist Edgar am Ende... Hier fehlt noch ein Frame eigentlich mit seinem Grab... Aber eigentlich ist Edgar hier... Da war Edgar für einen Tag lang glücklich. Edgar war für einen Tag glücklich, ja. Ach, im Jenseits. Wie schauen wir das denn? Da müssen wir jetzt gucken. Im Jenseits wird es schwierig, ne? Okay, die lieben sich. Und dann müssen die ja beide sterben. Dazu muss er erstmal wiederbelebt werden, ne? Aber sie wird dann nicht wiederbelebt. Sondern er stirbt dann nochmal. So. Im Jenseits. Edgar ist einfach ständig. Edgar einfach ständig. Hi, ich bin Edgar. Das ist Edgar. Edgar kippt immer um. Aber jetzt... Na ja, guck mal. Jetzt sind die im Jenseits wieder... Ist ja auch schön. Ach ja. Cool. Dann haben wir das ja auch mal wieder gelöst. Fantastisch. Und dann Verhängnis. Herzschmerz für alle. Okay, also... Edgar und Isobel. Ja, ihr kennt die Geschichte. Ciao, Edgar. Kurz vor der Hochzeitsnacht. Einfach umgekippt. So. Dann... Isobel meint es mit Edgar sowieso nicht ernst. Ist dann direkt weitergezogen. Hat sich direkt Lenora geschnappt. Und... Äh... Wie machen wir das jetzt nochmal? Und dann ist aber Lenora komischerweise auch gestorben. Ja, böse Zungen behaupten. Also können wir jetzt eigentlich... Können wir jetzt... Äh... Achso. Nein, warte. Ich mach so rum. Ich mach so. Herzschmerz. Und dann... Immer Herzschmerz. Sie spielt die Rolle schon perfekt. Aber das macht sie auch schon seit zig Jahren. Ja. Also sie hatte... Sie hatte schon ewig... Sie hatte schon ewig viele Ehemenschen. Ja. Und, äh... Dann... Kommt sie aber zurück. Nee, weißt du was? Edgar kommt zurück. Und bleibt alleine. Weil alle anderen tot sind. Aber eigentlich... Ach so. Ach, das muss umgekehrt sein. So rum muss es sein, ne? So. Muss ja Herzschmerz für alle sein. Da, ich wollte das so rumdrehen. Na gut. Ja, und dann bleibt Edgar einfach alleine. Aber, ich mein, er stirbt nicht. Er stirbt nicht. Er... Diesmal lebt er. Das ist doch was Gutes, oder? Er lebt alleine. Und einsam. Bis an sein Lebensende. Das sich sehr, sehr lange herauszögert. Klar. Aber, er ist nicht tot. Also, er war schon tot, aber dann nicht mehr. Ist das nicht schön? Das Wunder der Wiederbelebung ist doch was Feines. Ja, das ist, äh... Sag mal schön. Ja, und sie stirbt diesmal... Ah ja, sie stirbt auch nicht. Aber, äh... Die kennen sich ja... Die kennen sich ja gar nicht, ne? Nee, die kennen sich nicht. Ja, easy. So. Gut. Erscheinungen. Keller. Gift, Tragödie, Zorn, Neid. Der meint, euer Keller. S contextual. F res crucifaction. Naid, er applications. Meint neid inica. Und erquierd gleich. Der meint, discharged alle cub],, Kommission. Der meint, euer Keller. Der meint. Dann noch mehr. Dann who equity. Ich muss mein Dubinflamm. Das Banat. Untertitelung des ZDF, 2020